Wir wollen zweit, dritt, viert Frau werden, ne? Ja, super. Wollt ihr zweit Frau, dritt Frau, viert Frau sein? Ja! Warum? Ja! Wollt ihr? Ja? Kein Problem. Ihr wollt ein Mann mit vier... Wenn er mich gut behandelt, dann ja! Okay, also, vierte Frau, ne? Und er schläft mit drei anderen Frauen, kein Problem. Für dich auch? Ja, aber... Kein Problem. Nur, nur wenn er mich gut behandelt. Wenn er gut behandelt? Okay. Ich finde es im Islam, äh, die Rechte für Frauen sehr, eigentlich sehr gut für mich. Und ich finde es eigentlich allgemein, die Gesetze hier in Deutschland, oder einfach nicht nur in Deutschland, allgemein, dass eine Frau arbeiten muss und nicht zu Hause sitzen muss. Also, ich finde es eigentlich besser für mich, dass ich zu Hause schille und einfach nichts mache. Aber Sie haben auch vorhin gesagt, Sie haben auch einverstanden, dass Sie Ihren Mann mit drei anderen Frauen teilen. Ja, dass Ihr Mann vier Frauen hat. Aber nur, wenn er mich auch gut behandelt, nur wenn er das kann, vier Frauen zu haben, wenn er das nicht kann, soll er das auch nicht machen. Ja, also Polygamie ist in Deutschland verboten. Aus gutem Grund. Ja? Wir haben die Monogamie. Ein Mann, eine Frau. Gleiche Rechte. Mann und Frau gleichberechtigt. Ja? Vielen Dank.